So, moin Leute, haali und oh, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Punch in dem Indie-Murator-GT5-Ole. Lange, lange ist es wieder einmal her und ich habe ein kleines Problem mit dieser Mission gehabt. Eigentlich mal die weniger Mission kann man fast nicht sagen und zwar mein Betrieb wurde angegriffen das erste Mal und ich habe überhaupt nicht abgecheckt, wie man den verteidigen muss und habe natürlich voll gefällt. Und nachdem ich hier gefällt habe, habe ich nochmal eine Produktionsvorräter hier neu beschaffen, weil du musst dir ja, wenn du einmal von der Razzia erwischt wirst von der Polizei und da dabei drauf gehst, musst du vom Combat vorne anfangen und da habe ich gleich ja losgestartet. Ich zeige euch mal, wie man es genau nicht machen sollte und zwar mit dem Motorrad direkt einfach nur reinfahren. Heute haben wir ein Thema, ich muss ein bisschen anziehen, was noch ein bisschen größeres Thema ist. Ich habe ja vor bestimmt zwei, drei Jahren mal ein Video gemacht zum Thema Jugendarbeitsschutzgesetz und heute kommt mal das Gleiche nur für Wachsene. Und es ist einfach ein riesen Thema, meine Freunde, riesengroß ist dieses Thema. Und ich habe wirklich nur die Punkte aufgeschrieben, die für mich persönlich elementar wichtig sind. Es sind bestimmt 20 Punkte und bestimmt auch längst nicht alles, aber das sind Punkte, die ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben muss, wo ich auch schon an der Grenze angestoßen bin, quasi mit manchen Arbeitgebern, auch ich persönlich mit meinem Arbeitgeber, aber auch von Leuten, die ich kenne, wo die Arbeitgeber auch diese ähnliche Sachen machen oder auch nicht machen. Und von mir aus kann ich sagen, dass mein Arbeitgeber eigentlich für die Leute, die mich auf Persönlichkeit ganz korrekt ähnlich ist. Und was ganz wichtig ist, es ist immer so ein Geben und Nehmen. Es gibt so Sachen, die mein Arbeitgeber absolut nicht erfüllt, die erfüllen müsste. Dafür gibt er uns irgendwelche Vergünstigungen, die ein normaler Chef nicht geben müsste und auch nicht geben würde. Einfach das ist so ein Geben und Nehmen einfach. Und bei mir ist eigentlich, würde ich jetzt fast behaupten, einigermaßen gut geregelt. Klar, man stößt immer wieder auf kleine Probleme, aber nur weil das nebenbei ist, nicht ganz so wichtig. Ich frage euch an, Arbeitsschutz gilt für alle Personen, die natürlich ab 18 eigentlich sind und nicht mehr in der Ausbildung. Ich weiß nur nicht genau, ob du jetzt trotzdem über 18 bist, glaube ich, hier trotzdem in der Ausbildung des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Nee, ich glaube, es gibt wirklich nur bis kurz bevor du 18 bist, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, da war schon mal der erste Punkt der Scheiße ist, wo ich nicht genau Bescheid weiß. Aha, geil. Genau. Wichtig auf den Arbeitsvertrag achten. Also lasst uns jetzt vielleicht irgendwelchen Freunden überprüfen, irgendwelchen Verwandten überprüfen, ob das alles so passt, was da drin steht. Und der Arbeitsvertrag ist das elementar wichtigste eigentlich, weil genau dort alles geregelt ist. Das kommt nicht alles. Und für alle Bereiche ist da irgendetwas drin, auch für den nachfolgenden Punkt, den müsst ihr euch merken, achtet immer darauf, was in eurem Arbeitsvertrag drin steht, wie es formuliert ist. Und ob es auch legal ist, so wie es da steht. Das ist auch eine andere Frage eigentlich. Am besten, klar, man kann nicht jeden Vertrag bei Notariat überprüfen lassen, ganz klar, aber man sollte schon wissen, was da reingehört und so. Kann man vielleicht nochmal extra machen in der Video, aber als erstes Mal das Arbeitsrecht heute. Bestimmt machst du den nicht, weil die alle zu sehen sind. Das heißt, ab sechs Stunden Arbeit hast du eine halbe Stunde Pause, eigentlich gesetzlich vorgeschrieben, musst du machen, hast auch das Recht dazu. Und ich glaube, ab zwölf Stunden hast du, glaube ich, dann 45 Minuten, glaube ich, die Pause. Du kannst die Pause auch selber einteilen. Du kannst sagen, ich nehme jetzt eine vier Stunde und würde mal anders eigentlich auch nochmal. Aber du hast diese 45 Minuten bei ab zwölf Stunden Arbeit auf jeden Fall, musst du eigentlich haben. Dann, was ein wichtiger Punkt bei mir ist, du musst Weisungen befolgen von deinem Chef, aber nicht die alle. Das heißt, die Weisungen, die nicht direkt mit deinem Beruf zu tun haben, müsstest du eigentlich nicht erfüllen eigentlich. Es gibt zwar auch mit meinem Arbeitsvertrag geregelt, sind ein paar Ausnahmen, dass man ab und zu mal in einem anderen Bereich einfach mal drin ist. Aber grundsätzlich musst du nicht deine betriebs- oder berufsferne Weisungen befolgen. Abmahnungen anfechten. Es gibt manche Geschäfte, die gehen nicht zugleich mit Abmahnungen um. Das sind so Abmahnungen, das Spiel hier, du kommst einmal zu spät und sagst, beim nächsten Mal zu spät, dann gibt es eine Abmahnung. Und in den ersten drei Monaten kommst du wieder ganz kurz zu spät. Dann, glaube ich, kann da keine Abmahnung rausschreiben, weil es einfach diese Regelmäßigkeit nicht hat. Aber viele Sachen müssen auch erst durch ein Gericht geprüft werden. Jedes Gericht entscheidet anders. Ab 15 Minuten ist es eine Pause. Wenn du kurz zum Rauchen rausgehst, kurz was esst oder was trinkst, ab 15 Minuten gilt es auf der Pause. Der Chef kann nicht sagen, wenn er 5 Minuten kurz was esst. Er kann nicht sagen, dass ich hier von der Pause darf. Das darf er nämlich nicht. Er kann schon sagen, wenn ihr nochmal rumsteht und nichts tut, dann gibt es ein Problem oder gibt es eine Abmahnung. Das darf er schon machen, aber ab 15 Minuten ist es eine Pause offiziell. Dann, zwischen den Schichten, aber ich gebe es normalerweise beim Arbeitsrecht 10 Stunden Ruhepause. Beim Jugendarbeitsschutzgesetz ist das, glaube ich, 12 Stunden. Also 10 Stunden beim Arbeitsrecht, beim Arbeitsschutzgesetz, ganz normal. Du hast einen Urlaubsanspruch von 24 Tage pro Jahr mindestens. Dann, was ganz wichtig ist, kleine dumme Kündigungen, z.B. durch die Krankheit oder Abmahnung zu spät kommen. Das heißt, wie gesagt, Abmahnung zu spät kommen, wenn es keine Regelmäßigkeit hat, dann zu spät kommen, darfst du dafür keine Abmahnung bekommen. Und Kündigungen, z.B. durch die Krankheit, das ist natürlich auch nicht rechtsgültig. Also wegen sowas nicht. Klar, wenn du in der Probezeit, in der Probezeit kannst du generell immer rausgeschmissen werden. Und wenn du jetzt krank bist, 2-3 Tage und dann nächste Woche wieder und wieder und wieder, diese Regelmäßigkeit, dann kannst du rausgeschmissen werden. Aber nicht, wenn du einfach mal kurz mal krank bist, ganz klar. Dann Betriebsrat. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr ein Betriebsrat gründen könnt, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Dann mache ich vielleicht noch mal ein extra Video dazu, wie das genau funktioniert. Oder ihr könnt es auch googeln, das ist euch überlassen. Die Überstunden dürfen aufgeschrieben werden. Dein Chef darf nicht sagen, ihr arbeitet es 2 Stunden völlig umsonst, außer es ist z.B. euer Arbeitsvertrag festgelegt. Ihr müsst dieses Ziel erreichen, dieses und jenes Ziel. Und wenn ihr es in dieser Zeit nicht erreicht müsst, müsst ihr es einfach mit freier Arbeit umsonst nachholen. Bei mir ist es so, meine Chefs, wir haben offiziell, ich war beim Restaurant, wir haben offiziell um 18 Uhr zu. Und bis halb 7 müssen wir eh wegen der Pause arbeiten. Aber es ist, glaube ich, so geregelt, dass wenn quasi die Arbeit nicht erledigt ist, auch es nach halb 7 ist, sollten wir, müssen wir es trotzdem erledigen. Bis es erledigt ist, ist es das Wichtigste. Ob es zu mir so geregelt ist oder nicht, genau im Anbetrag glaube ich nicht. Aber so wünscht sich unser Chef und das finden wir auch okay so. Genau, ganz wichtig. Also man darf trotzdem Überstunden aufschreiben, man muss nicht umsonst arbeiten. Ich empfehle euch immer einen Rechtsschutz einfach zu haben, gegen euren Chef auch, weil besonders in großen Firmen, wenn ihr viele Vorgesetzte habt, das immer schwierig sein kann. In kleineren Firmenbetrieben muss es nicht sein, aber in größeren Betrieben würde ich euch immer empfehlen, einen Rechtsschutz zu haben, gegen den Chef. Genau, dann Achtung, fristlose Kündigungen sind manchmal nicht zulässig. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, mir geht es nicht gut, ich muss nach Hause oder ich muss kurz aufs Klo und darfst. Du dürftest eigentlich nicht gehen, dann darfst du nicht fristlos gekündigt werden. Fristlos gekündigt werden darfst du zum Beispiel, wenn du mal was geklaut hast und du wirst erwischt, dann darfst du fristlos gekündigt werden. Maximal 14 Tage darf man, glaube ich, durcharbeiten, dann musst du mindestens wieder zwei bis eigentlich vier Tage frei haben. Und was generell so ist, was ich auch gleich dazu geschrieben habe danach, du musst, es ist einfach so, du hast eine Fünf-Tage-Arbeitswoche oder zwei Tage frei, muss der Chef gegeben, wenn es durch so einen Arbeitsvertrag geregelt ist, ist es natürlich auch eine andere Frage, aber in der Regel ist es so einzuhalten. Und wie gesagt, nach 14 Tagen musst du mindestens zwei Tage frei haben oder vier Tage frei haben. Du darfst nicht länger als zwei Wochen eigentlich durcharbeiten, so ist es eigentlich laut Gesetz geregelt. Dann, der Chef muss auch bezahlen, auch wenn er vielleicht nicht möchte und er darf auch nichts abziehen, einfach so. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt eine Tasse runterfalle, mir fällt eine Tasse einfach runter aus Versehen, dann darf der Chef nicht sagen, er zieht mir das vom Lohn ab, weil es ja ein Versehen war. Das war mir mehr oder weniger wie ein Arbeitsunfall. Klar, wenn ich absichtliche Sachen runter, wenn ich sauer bin oder irgendwas, dann darf er das machen, aber nicht, wenn mir das Office runtergefallen ist, das könnt ihr auch anfechten. Der Chef kann nicht sagen, ja, jetzt zahle ich euch mal diesen Monat nichts oder ich zahle euch irgendwann mal diesen Monat. Das darf er natürlich auch nicht, ihr müsst euch darauf einstellen, dass vielleicht das gar nicht immer pünktlich ankommt, aber er darf eigentlich sagen, diesen Monat setze ich mal aus und muss euch nichts zahlen oder so, das geht auch nicht. Und ihr habt euch auch ein Recht verdient auf die Lohnsteuer. Das heißt, er muss euch diese Lohnzettel geben, diese Monatsabrechnung und auch am Ende des Jahres die Lohnsteuer Jahresübersicht. Muss er euch auf jeden Fall geben, ist er dazu verpflichtet. Ähm, genau. Und falls ihr natürlich auch noch was wisst, das waren erstmal die Punkte von meiner Seite aus, die mich persönlich auch betreffen, es gibt bestimmt mindestens noch 50 andere Punkte, die man einhalten könnte zum Thema Arbeitsschutz bei Erwachsenen oder Arbeitsschutzgesetz oder je nachdem, wie man es genau sehen möchte, ist, glaube ich, das Arbeitsschutzgesetz, ich weiß es nicht genau. Ähm, falls ihr irgendwas dazu noch ergänzen möchtet, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es dann, wenn es als Sinnvolles ist und nicht noch nicht genannt ist, in die Videobeschreibung mit aufnehmen. Das wäre echt cool, weil ich habe es jetzt kurz nur fünf Minuten überlegt und so und es gibt sehr viele Sachen auch zum Thema. Und ich habe auch einen, wenn ich jetzt nochmal aufschreiben würde, würde ich noch länger mit dem Video brauchen. Genau, deswegen einfach kurz nebenbei. Okay, und ich bedanke mich trotzdem mal von euch fürs Zuschauen, von euch, ja wahrscheinlich, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Geht mir doch mal hoch, wenn es dir gefallen hat, kommentiert, wie gesagt, in den Kommentaren, wenn ihr dazu noch was wisst oder wie eure Erfahrungen sind, wäre auch eine coole Sache. Und es war echt cool, es geht darum, euer Video mal wieder hochzuladen. Und falls ihr mehr GTA 5 oder 1 sehen wollt, einfach mal gerne zuschreiben, dann mache ich wieder mehr in Zukunft, weil ich momentan ein bisschen nachgelassen habe. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, euer Punch and Demon. Ciao, ciao. Ciao.